Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Happy Wheels. Ja, es ist schon eine Weile her, ich glaube schon zwei Wochen, letzte Woche musste es leider ausfallen, weil ich in Berlin war, aber ich würde sagen, deswegen fangen wir jetzt gleich mal an mit Penalty Kick. Strafkick. Ja, genau so würde ich das nennen. Try and get the ball past Irresponsible Dad. Hm, ist das wieder so ein... Oh, okay. Press Space to activate. What? 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 Oh shit. Hä? Wow! Yay! Was zum Ge... Ja, okay. Technical Rope Swing. Oh, Rope Swings sind schwer. Okay, ich probiere es trotzdem. What? Press Z and grab the rope. Z. Na, das hat ja 1A funktioniert. Z. Hm. Wie ich nicht mal da rankomme. Hallo. Oh, irgendwie habe ich das noch nicht so raus mit diesem... Muss man das nur kurz drücken? Ich meine, weil immer wenn ich Z drücke, passiert überhaupt nichts. Also ich drücke es lang. Natürlich, of course. Und dann Z. Oh, noch einmal. Erfolgreich wie eh und je. Aber es bringt echt nichts. Keine Ahnung, woran es liegt, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. The Magic Shows. Easy. Na dann. Müsste ja sogar ich das schaffen. Oh, oh, okay. Oh. Oh. Damn it. Uh. Uh. Coole Sache. Hat mir gefallen. Ich habe das erste leider ein bisschen übersprungen, aber ich glaube, ihr habt es dann so an der Seite gesehen, dass das dann, ähm, dass der Mann unter dem Stein einfach verschwunden ist. Das ist natürlich... Do some outstanding tricks and move from the beginning to the end of the road. Ich versuche es. What? Woo! Mhm. Oh. Pro im Haus. Okay, nein, das probiere ich nochmal. Vielleicht kriege ich zwei Seiten hin. Woo! Oh, habt ihr das gesehen? Mhm. Oh, okay. Woo! Ich glaube, ich hätte ihn in die andere Richtung machen sollen. Wow, wow, wow. Okay. What? 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 Okay. Okay, okay, okay. Woo! Mhm. Guckt euch mal meine Stunts an. Oh, oh, okay, okay. What? Äh, ja, das gehört so. Komm, 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 komm. Wir schaffen es noch. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Genau so sollte man unten ankommen. Schon so halb zerschreddert und so. Aber das passt ja. Warte, ich weiß noch, wie sie hießen. Werner und Simon? Glaube ich. Oh Gott, ist schon so lange her. Mega-hard donation. Nein, danke. Happy Ball Throw. Delete Scary Face. Oh, Gott, nein. Wie langweilig. Ups. Ja. Diese Level sind immer wieder so weit oben. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Stop Fake Glitches. What? Except this Level. Äh. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Only for Pros. Na, dann bin ich ja perfekt hier aufgehoben. Okay. What? Oh, das war gar nicht so schlecht. Oh. Hm. Ich glaube, das war recht gut. Weil, weil, ähm, man muss die ja so... Ich glaube, man muss sie aktivieren, bevor man rüberspringt. Ich tue mal so, als wäre ich da. Wisst ihr, was ich meine? Damit die so denken, oh, er ist da. Und dann schießen die ihr Zeug ab. Weil, sonst passiert halt das, ne? So voll nüchtern. Ja, dann passiert halt das. Okay. Nochmal. Genau. Warum mache ich immer auf Exit to Menu? Ich meinte Restart. Okay. So, da drauf, ganz kurz. Das hat nichts gebracht. Drei. Dreist. Ich wollte erst Scheißdreck sagen, und dann habe ich mich doch für dreist... Hat mein Unterbewusstsein sich für... Dreist entschieden. Hm. Don't it. Oh. Ja, okay. Ich glaube, das sollte ich irgendwie nicht mehr probieren. Ähm. Ich bin da jetzt nicht so gut drin. Neon Survival. Klar, warum nicht? Oh, das hatten wir letztes Mal schon. Ich weiß es noch ganz genau. Oh, Gott. Kind, du schaffst das auch ohne mich. Ja, klar, Papa. Wir werden es leider nie sehen, ob er es ohne uns geschafft hat. Pogo Killer. Don't move. Okay. Ach. Ach. Wieder sowas nur so zum Zugucken. Das ist irgendwie... Wow. Nein, das ist hier so ein Gemetzel. Also, Gemetzel, das mag ich ja gar nicht. Deswegen spiele ich auch immer Happy Wheels. Nur weil ich das nicht aushalten kann. Dieses pure Abschlachten. Das mag ich gar nicht. The Mystery Machine. Short Demo. Fairly old Scooby-Doo. Nein. Epic Snooker Game. Free Fall Fix. Now you can only play one character. Welcome to Freeze Fall. Oh, ist das wieder sowas wie... Oh, ich muss Z drücken. What? Ja, das ist wieder sowas. Oh, ich liebe das voll. Wow. Das war irgendwie einfach. Habe ich es einfach falsch gemacht? Ich will es nochmal spielen kurz. Nur mal so, um zu sehen, ob man es eigentlich irgendwie schwerer machen müsste. Oder kann man da echt einfach... Oh. Naja. Also mal abgesehen davon, dass mein Bein jetzt am Ende abgefetzt ist, ging es mir doch prima am Ende. Cool, aber diese Art von Level mag ich total. Just a demo, don't forget to raid. No. Cruise around the city. Why not? Los, Opa. Fahr. Wie auch immer man fährt. Ups, das waren meine Beine. Ich weiß nicht mal, wie man fährt. Ich kann gar nichts. Stop this shit. Ähm, because I want everyone to fail and it's easy to make good levels, I want them to stop this glitch levels. Ach. Ach so, das ist einfach dafür, dass man, diese, this glitch levels sind einfach nur so nach dem Motto, da kann man gar nicht raus. Future Gun. Oh. Ach, Leute, gebt mir mal ein gescheites Level. Los, los, los. Beautify versus Smosh. Ist das dann wieder so ein, äh, Freezefall? Oh, Freezefall. Es ist, ich gehe mal auf this month, weil ich ja letzte Woche auch nicht da war. Also, habe ich nichts gespielt. Das heißt, ähm, wenn ich denn die Level nehme, dann müssten das ja eigentlich bessere Level sein oder Level, die insgesamt häufiger gespielt wurden. Und dann wisst ihr nach dem Motto, da kommt dann das Best of von zwei Wochen zusammen. Das ist dann vielleicht ganz gut. Wup, wup. Es hat endlich geladen. Nach so einer Weile. Ich dachte mal, ich skippe das jetzt mal weg für euch, weil es war jetzt nicht so mega unterhaltsam. Freezefall. Oder war das das, was wir gespielt haben? Das war so voll cool. Ich glaube, das war's. Ja, oh mein Gott, das war so cool. Aber ich, ich will es eigentlich nicht nochmal spielen. Aber es war wirklich, es hat voll Spaß gemacht. Freezefall ist mein absolutes Lieblingslevel. Ja, Kind. Ups. Wobei ich mega schlecht da drin bin, sagt er. Und kommt so voll problemlos da vorbei. Jetzt spiele ich das ja nochmal. Ich meine, ich habe nichts dagegen, weil ich mochte das Level total gerne. Ah, Kind, du verrenkst dich dahinten. Das sieht ungesund aus. Ach, deine Eingeweide spritzen hier über rum. Ich sehe überhaupt nichts mehr und ich komme hier voll nicht von der Stelle. Ach, Simon, wirklich. Also, arbeite mal bitte an deiner Arbeitsmoral. Die ist wirklich unzumutbar. Okay, Papa. Upsala. Da hat mein Hemd hinten aus der Hose rausgeguckt. Yay. Wieder voll gut geschah. Wieder voll. Das ist ja der Leiterat. Also, das müsst ihr mir jetzt... Mein altes habt ihr mir immer noch nicht bezahlt. Ich warte immer noch auf den Brief davon, ja. Kill your boss. Nope. Make your own car. Warum nicht? Probieren wir es mal aus. Make your own car. Good luck. Nein. Oh, ach so. Okay, ich nehme mal orange. Einfach so. Windows. Äh, grau. Oh, shoot. Oh, God. Oh, ist das kompliziert. Okay. Wheels. Rosa. Immer doch. Ich liebe rosane Räder. Okay. Lights. Was? Was? Hä? Ich nehme mal die da. Keine Ahnung. Hä? Uh. Your car. Ach, dafür war das. Das fand ich cool. War ganz süß. Yay. Woop. Earth in danger. Fixed version. A dark unknown soul is trying to destroy the earth. Could you stop him? Ich durfte noch kein einziges Mal wählen. Falls euch das aufgefallen ist. Oh. Das gibt es immer noch. Hier sind wir auch schon mal drin gestorben. Ach nee. Also das will ich jetzt eigentlich nicht nochmal probieren. Warum ist das denn da immer noch drin? Ach, Mond, ne? BMX Stunt. Und, ja klar, weil das ist ja nicht nur zwei Wochen. Das ist ja drei, vier Wochen. Okay, probieren wir es aus. Wow. Uh. Schlenker nicht so mit deinen Armen, Simon. Wenn die rausgucken, könntest du dir wehtun. What? Mhm. Mit so einem eleganten Salto hinten dran. Yay. Boing. Oh. Wow. Wie ich hier mit meinen Salto es voll angeben kann. Das könnt ihr nicht. Uuuuuh. Wow. Oh. Oh. Wow. Ich flutsche vielleicht noch ins Ziel. Schade. Ich will es nochmal spielen. Es macht mir Spaß. So Salto's und sowas auszuprobieren. Los, Vater. Donnerschock-Attacke. Vater fand ein wildes Simon. Einen wilden Simon. Whatever. Wow. Wow. Oh. Ja, tschüss, Simon. Wir sehen uns dann später wieder, ne? Ja, ich hüpfe dann derweil noch so ein bisschen durch die Gegend. Hallo, unser armes Kind. Wow, wow. Aber wie ich hier immer sterbe. Also fast. Oh, ich bin so schnell. Ihr glaubt es. Oh. Los, Herz. Flieg ins Ziel. Flieg und sieg. Herz, Flieg und sieg. Ja, das war doch jetzt mal ganz unterhaltsam. Spikes Fall. Ist das wieder seins, wo man dann so, ihr wisst schon, in so ein V reinspringen muss? Ja. Da bin ich ja so gut drin, wie ihr wisst. Ähm, okay. Ich hab gewonnen. Also, das wusste ich. Ich hab da jetzt voll geplant. Epics Red Thru. Nein. Ähm. Pogokuss hatten wir auch schon. Snooker. Weiß ich nicht. Hatten wir? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ach ja, das war der. Bewegliche Pogo-Spieler. Ui. Hab ich das davor geschafft? Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich. Mhm. Ich geh einfach mal so ein bisschen nach unten. Neon Barthrow. Eight Bar Pool. Harpoon Drag. Pogo Mans. B&W Course. Dad vs. Mom. The War. Find and remove all over. Kill them all. Oh Gott, ich hab Angst. Au. Oh. Also, so weit muss es jetzt auch wieder nicht kommen, dass Simon unter unserer Beziehung leidet. Ach. Ha. 1 zu 50 von so vielen. So many. Swear throw. Colorful ball throw. Riding neon ball. Rainbow arrow one. Warum nicht? Wow. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh, da oben hat jemand gefrühstückt. Das war das Einzige, was ich jetzt bei diesem Level so halbwegs wirklich mitbekommen habe. Okay. Impossible. 99,9%. Ich weiß nicht, das ist eigentlich jetzt so ein ganz schöner Abschluss. Aber ich spiele noch ein bisschen weiter. Oh ja, wir wissen es. Oh, da oben ist noch so eine sexy Mine drauf. Immerhin, mein Pogo-Stick ist angekommen. Oh, mein Fuß und ein Bein ist angekommen. Ihr habt es gesehen. Restart Level. Ich glaube, solche Level. What? Oh. Ew. Kriegt man echt irgendwie nur durch Zufall hin. Man muss sich da irgendwie so oben drüber wegdrehen. Geht das? What? Äh. Wo ist das Ziel? Wie man Blut so in so so. Uh. In so Herzform. Ich will einfach mal gerade drüber. Oh. Sie haben schon auf mich gezeigt. Das ist ganz gut. Weil die müssen irgendwie vielleicht. Nein, 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 nein. Nein. Okay, noch einmal. Da hat man immer so. Man will das immer unbedingt fertig kriegen. Oh. Nein. Gott. Dammit. Ach, das war so gut. Das muss ich jetzt nochmal probieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Wie ging das? Das war voll gut. Irgendwie habe ich mich auf einmal arg gedreht, glaube ich. Also so. Und dann. Nein. Immer dieses sinnlose Abschlachten hier. Okay, Rückwärtsseite bringt kein bisschen was. Ich halte einfach mal ganz lange. Oh, oh, oh. Jetzt vielleicht? Weil die haben ja alle schon abgeschossen. Nein. Ach, jetzt komme ich da nicht mehr unten drunter durch. Das ist was Blödes. Nein. Aber der Versuch war ganz gut. Ich würde sagen, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Happy Wheels wieder. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder sonst an irgendeinem Tag. Verbesserungsvorschläge wie immer. Und in die Kommentare wäre ich sehr begeistert, wenn ihr mir was kommentieren würdet. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Vielen Dank.